Jetzt ist mein Video aus gewesen, also die meisten wissen sie in unserer Gruppe ja ohnehin schon. Wir haben uns zwar durch dieses C-Thema gefunden, aber ein Slogan von uns lautet, wir sind gekommen um zu bleiben. Wunderbare Svetlana, die sich um die Bildung kümmert. Wir haben ganz, ganz tolle Leute und unser Weg ist noch lange nicht vorbei. Ich glaube, dass wir aktiv sind, so lange bis es uns nicht mehr gibt, weil vorher wird unsere Arbeit nicht beendet sein. Weil das, was mich über diese ganze Sache, was mich am meisten schreckt, ist eigentlich das, dass er wirklich sagen muss, auf diese seelische Komponente wurde bei der ganzen Gesundheitsdebatte, Gesundheitsdebatte muss man sich geben, da geht es nur um körperliche Aspekte, nie, nie, nie beachtet. Und die Folgeschäden, mit denen werden wir noch viel zu kämpfen haben. Und um diese Folgeschäden geht es auch. Und das ist, glaube ich, ein ganz maßgeblicher wichtiger Teil. Jetzt wünsche ich euch was, schicke euch noch ein bisschen Sonne. Ich hoffe, man sieht es. Einen schönen Tag und ich freue mich schon, wenn wir uns weiterhören. Baba.